willkommen zurück hier auf meinem kanal am schön alles 22 jahre das ist nicht die uld stream wir sind jetzt hier auf der schön la coronella ist ich hatte mir das erste normale da steht es auch eine coronella ich hatte es mir erst noch mal durchgelesen ist eigentlich eine fiktive karte denkt man ja weiß nicht so spanien portugal so da unten irgendwo spielt das hof an sich wir können ja mal einmal in die übersicht gehen ruf an sich so ne ist doch recht groß und ja recht groß eigentlich ein bisschen verbaut textur an einigen gebäuden ja ihr wisst textur ist bei mir nicht so so ganz so wichtig hier sieht textur wieder ein bisschen besser aus hier nicht so ganz so dolle aber ja ist für mich jetzt nicht so ausschlaggebend die gab es ja im 19 schon mal ich hatte sie im 19 so bisschen gespielt fand sie aber nicht so gut weil sie damals mit position farming nicht nur mit 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 seasons nicht funktioniert hat und deswegen hatte ich die dann auch schnell wieder weg gemacht bei mir und dann gab sie später auch noch mit seasons modus und aber da wollte ich sich nicht mehr spielen ja gibt viele schöne sachen viele geile sachen hier auch ihr seht hier schon das ist ein art master hier ist eine dünger herstellung hier kommt gärreste rein und mist und daraus wird dann mineral dünger herstellerschild gut ja ich zeige euch mal die maschinen und dabei gehen wir so ein bisschen hier über den hof rum und dann gucken wir uns das ein oder andere noch an kann sein dass wir dass die folge heute ein bisschen länger geht ne kompressor und schieß mich tot ne selbst hier tür geht auf ne weiß zwar nicht was ich hier rein stelle aber ist egal so kommen wir mal zu den maschinen ich habe mal ein bisschen was extravagantes genommen und zwar habe ich hier ein landini ich weiß jetzt gar nicht was das jetzt für eine ein landini konsole stört weiß ich jetzt gar nicht auf jeden fall 225 ps das ist so hier so unser ja für den hof so ein bisschen ne ein bisschen so hier und da so paar kleinigkeiten machen ne natürlich extra lackierung genauso wie der mccormack das ist der x 8627 mit 260 264 ps glaube ich war das wir gucken nachher nochmal ne auch in sonder lackierung hat der modder extra für die kartejäger gemacht mit sonder lackierung ja hier haben wir einen schönen case optum mit 313 ps ich hoffe mal ich komme nachher los licht ist an beim aussteigen und hier aufmachen unser stecks der schlepper den trecker den wir hier haben also ich sag mal so ganz ehrlich so mehr als 300 will ich ganz ehrlich auch nie machen hier seht ihr schon wieder unsere schönen gps oder gps sagen schon ding pumps hier fahrgasse dann haben wir hier ein schön steier 6.240 cvt cvt 260 ps ja ist auch mal was anderes nicht in weiß rot sondern in grau rot auch nicht schlecht ist auch ein schöner schlepper hier haben wir noch ein teleskoplader new highland ich wollte auch mal was anderes reinnehmen und sonst habe ich meistens nur glas den skorpion eine werkstatt hatten wir glaube ich nicht am hof deswegen habe ich mir hier so ein werkzeug koffer hingestellt farmhaus hier gesagt einigen sachen links muss man weg gucken das hier ist ja das ist so das gefällt mir hier nicht ganz so schick muss ich ganz ehrlich sagen mit den großen mauern und so das weiß ich nicht das ist einfach nur hier sozusagen unterstanden und so wenn hier so eine große mauer gefällt mir nicht ganz so hier habe ich auch nicht stehen weiter hier ist unser schönes hofsilo für getreide hier haben wir ein kompost silo ein bisschen traubensilo aber ich habe hier ein kompost die lösung gestellt weil wir können hier auch kompost produzieren tankstelle für methan hier haben wir noch mal so ein gedöns mit hohen wänden und eingezäunt und sowas wie gesagt das gefällt mir auch nicht ganz so aber naja hier haben wir dann unsere sat technik stehen einmal die federstedt tempo ich glaube v8 ist das ne das ist die v8 ne oder was ist das tempo v auf jeden mal federstedt einzukommen dann haben wir hier drüben von kuhn sie maschine zum hinterhängen ja kriegt der optum gerade so mit weggezogen also wenn ich das ding hier oder den front tank nicht dran habe dann geht er vorne aber hoch wie gesagt das ist jetzt hier das ist nicht so mein ding hier dass das hier so eingezäunt ist so haben wir noch mal ein lager ich glaube hier waren steine oder so werde ich nicht benutzen ich nehme das als unterstandslager hier haben wir unser gülle fässchen das pg2 von samson mit 20 kubikmeter fässchen gehen da rein dann haben wir hier und unsere walze von güttler dünger streuer und spritze auf 24 meter der steuer hier von bruns kann nämlich 24 meter dünn deswegen habe ich den mir den wir haben uns hier oder ich habe hier haben am höfchen noch ein windkraftrad ein kleines aufbauen lassen schade kann ich nicht hochlaufen da wäre schön bach in der nähe gut hier ist ja flüssigkeiten silo hier habe ich pflanzenschutzmittel drin hier haben wir noch ein schönes hochregal wie seht ihr schaufeln dies vom teleskoplader auch vom teleskoplader und auch vom teleskoplader und das ist vom frontlader die schaufel und die spieße haben wir noch ein bisschen kalk saatgut und dünge und andersrum so hier unterstand haben wir hier einen schönen straubmann sträublitz vs 2004 der kann mist und auch kompost weil ja ich will später ein bisschen kompost produzieren mal gucken ob wir das hinkriegen ja hinkriegen schon aber es aber das wird erst in der nächsten saison was denke ich mal so also machen wir hier weiter erst ein bisschen grünern technik stehen wie werke von feller front und tag me weg oder sagt mir weg ist es ja wenn davon auch von feller ich war da habe ich mir mal den von pettinger den gab es im 19 auch schon hatte ich ja ganz oft gehabt hier drüben haben wir dann unsere boden bearbeitungsgeräte einmal eine scheibenmerke mit fünf metern und den grober auch mit fünf meter den hatten wir ja auf der sehr schnell auf der holz wie man auch gehabt die habe ich wieder mitgenommen und hier haben wir noch unseren messer mulcher die walten die messer nicht wie nennt man das jetzt ist er war das doch müssen ach mulcher ich komme jetzt nicht drauf ach so standard gemäß stand hier hinten da so wo jetzt das windkraftrad steht stand noch eine halle eine kleine unterstand habe ich weggemacht es war irgendwie ein bisschen fehler im platz hat zu viel platz eingenommen da fand ich nicht schön hier stand auch mal eine halle hier so habe ich auch weg genommen war mir auch ein bisschen zu doll zu viel sieht mir so besser aus so hier sind unsere anhänger für getreide reich anhänger zwei stück zum abfahren mal gucken dann hier das ist glaube ich und lieben lager werden wir auch nicht machen so hier haben wir noch eine wasser anhänger ich glaube ich brauche bei der ein oder anderen produktion noch wasser ja besonders wenn ich mir die rüben schnitzel anlage hinstellt oder so noch auf jeden fall noch ein wasser anhänger und hier ist unser ballen anhänger ein herkulona ist ein portugiesischer hersteller und ich habe mir gedacht wenn wir schon hier sind spanien portugal nachdem wo die karte spielen soll aber ne weil ist halt so ein bisschen ja ja so spanisch portugiesisch keine ahnung auf jeden fall ne passt auf jeden fall hier hin so dann seht ihr da hinten schon häxler häxler fendt katana hatte ich auch noch nicht so und ich sag mal auf dieser karte reicht er mit 650 ps höher geht er auch nicht deswegen haben wir hier ein 7 meter 50 maisgebiss dran ne weil mehr geht nicht neun meter braucht ein bisschen mehr an leistung hat er nicht sonst geht er in die knie dann haben wir hier noch einen krone ladewagen äh welcher ist denn das jetzt hier ist der krone rx 360 gd ne 360 36 gug gehen rein mit tank natürlich und so abdeckung auch ne fand ich schön ist ein pack im modpack das sind vier ladewagen verschiedene größen so hier kommen wir jetzt zum drescher und zwar haben wir hier ein glas zu kanu 450 mit 7 meter 70 schnell weg und 6 meter mais beziehungsweise sonnenblumen ja mal was neues mal was anderes ich wollte eigentlich den ach so jetzt können wir ja auch ich wollte eigentlich den den hier nehmen den tucano 580 aber heidi witz gerne ne 84 slots braucht er ich gesagt okay ne deswegen habe ich mich hier für den hier entschieden ne gehen 8500 liter rein ist in ordnung reicht hierfür ne so gehen wir mal hier haben wir so weiter nix hier sind wir so weit durch hier hinten steht noch unser dieseltank habe ich erst noch voll macht so gehen wir mal einmal rüber ich weiß gar nicht ob hier jetzt die autos lang fahren oder nicht hier haben wir erst mal zwei durchfahrsilos finde ich ein bisschen groß hätten vielleicht auch etwas kleiner hätten auch getan so habe ich hier noch ein äh brandner power push anhänger mit ich glaube 34 gehen da rein 30.000 liter ein bisschen so für ja später für mist fahren rund zum mais fahren also hier ne wenn wir häckseln und so silo verteiler von fliegel ne den finde ich immer ganz gut der ist ganz gut für solche durchfahrsilos ist der optimal unten schiebeschild halt ne so dann geht es hier hinten noch weiter hier haben wir noch ein silo für saatgut dünger und kalk ist auch noch oder ist auch schon was drin ne so dann hört ihr ja schon die anlage der art master das ist ein seed master also ein saatgut hersteller ich habe hier mein bisschen gäste was ich noch im lager hatte habe ich hier reingemacht dazu kommt noch ein bisschen gülle und schon war es das und dann habe ich das hier mit der schön mit der schnecke den hatte ich eigentlich anders hingestellt diese steht er so schief vielleicht ist das nach nach dem speichern eben oder so wo ich einmal runtergegangen bin oder vielleicht kann auch sein dass er sich bewegt möglich ist es ne habe ich hier noch so einen kleinen anhänger der ist dann extra dafür kann ich ranfahren hier zack bumm überladen und rein da zuerst wollte ich das mit dem teleskoplader machen und dann habe ich mir gesagt warte mal du kannst doch hier schöne überladeschnecke und dann so das ist hier auch wieder art master das ist halt der kompost mixer ne das zeichen da oben ist kompost wie kommt denn nachher stroh und gärreste rein und daraus wird dann kompost ne hier hinten haben wir weiter nichts so hier unten geht es auch noch weiter das gehört auch noch zu uns hier haben wir zuckerrüben lager na gut ob das jetzt so und so ne also auf jeden fall haben wir hier vier lager einmal zuckerrüben zuckerrohr kartoffeln und hackschnitzel ne also alles riesengroß der hof ist eigentlich sehr groß halt nur ein bisschen aufgeteilt ne man muss halt mal über eine straße und so ne so dann haben wir hier noch einen 300er fendt oder 314er vario und zwar steht der hier unten am kuhlstall hier ist unser mistwigger mistwigger hier zack bumm mit förderband ich brauche mich da unterstellen ich brauche noch nicht extra aufladen kann mich da unterstellen wird vollgemacht bombe ähm bera das geht aber nicht hier ne komm 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 lässt die ohne stören ne ich weiß zwar nicht was sie da frisst aber ist egal kuhstall eigentlich standard kuhstall und zwar aber er hat den fütterungsautomaten oder die fütterung stings die station getrennt das wäre normalerweise hier mit dran gewesen ist jetzt separat ich muss dazu sagen der fährt leider nicht das tor geht zwar auf aber fahren tut er nicht aber er füttert es geht dann trotzdem was rein kuhstall in 440 tiere rein ich habe jetzt hier 100 tiere drin das so ist nur wir müssen selber wasser fahren hier ist das wasser ding und sie müssen wasser hinfahren ja gut ist nun mal so ist nicht unbedingt so schön aber naja egal so die tiere bis auf bär da da hinten wo bär da jetzt hier noch immer ist die ist noch wer da hat sich festgelaufen oder so keine ahnung die tiere laufen können hier vom von der wiese hier oben hier unter durchlaufen und dann hier auf die wiese auf also die tiere haben genügend auslauf da hier auch noch mal extra wasser wagen wie gesagt nachher für die ein oder andere produktion es gibt immer einmal gucken felder ich habe hier 123 und gucken das ist eine wiese ich habe drei wiesen einmal hier die wiese am hof denn hier eine wiese und die wiese hier also wir haben 123456789 10 fälle die uns gehören leider getreidemäßig ist nichts mehr drauf also wir können wenn so jetzt erstmal nichts dreschen wir haben aber noch auf das eine oder dem ein oder anderen fällt noch was drauf sonnenblumen mais soja bündchen also wir werden schon noch was ernten so ist nicht aber halt kein getreide mehr an sich dafür werden wir noch häckseln zwei felder mais waren ja 24 direkt am hof und hier fällt 28 also wir werden auf jeden fall noch was ernten also dann gehört mir noch die bga hier die läuft auch schon ja das ist rest vom füttern der kühe immer einmal einmal in die luft an sich das ist die schöne bga klein ist sie hier gehen nur 30.000 liter rein reicht reicht erst mal es reicht erst mal ich müssen nicht so ganz so groß was noch geil ist wir produzieren ja gärreste und gas biogas landet hier in diesen kleinen gasflaschen ganze regal durch finde ich habe also der modder hat sowieso an einigen sachen hier echt geil es gibt hier so viele produktion man kann hier so viel machen allein die die produktion allein hier wir haben rüben schnitzel anlage wir haben hier ein futter hersteller also das ist jetzt kein misch futter oder sowas das ist futter aus rüben schnitzel wir haben hier eine schweine futter herstellung sonnenblumen kartoffeln wasser mais wir haben hier eine misch futter oder misch futter herstellung können wir ja kompost ein saadgut herstellung und eine dinger herstellung es gibt noch mehr die 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 karte gibt es auch noch anders und zwar kann man da oder gibt es da noch eine karte wo man mehr produktion hat da kommen glaube ich noch mal 20 produktionen dazu mit paletten herstellen und dies und das und jenes also wer auf produktion steht la coronella könnte man gibt es eine extra extra gibt es gibt drei mal die la coronella mit einmal runterladen einmal so einen wettbewerbsbereich oder so eine wettbewerbskarte der wäre und das wettbewerb der wäre hier oben dann wäre das hier habe ich aber schon ja würde eigentlich auch mir gehören habe ich aber verkauft das wäre so ein wettbewerb mit was ich was man da machen muss keine ahnung dann halt die standard karte hier und dann halt noch eine pro karte also da sind noch mal 20 20 produktion extra oder 25 25 extra produktionen und ja ne also wer produktion haben will sollte sich die la coronella angucken also jetzt für konsole sagen mal die pc spieler sind ja meistens ein bisschen besser daran aber wer auf konsole auf produktion machen will da kann man auch melonen machen wassermelonen und sowas wird alles auf der pro version ist es echt nicht schlecht aber auf jeden fall wir werden hier auch ein zwei produktionen sind dünger saatgut kompost machen und ach so hier gibt es noch schafe gibt es ja auch es sind keine schafe für wolle sondern schafe für milch das sind milch schafe und die schafe werden hier unten und schweine werden hier hier den bereich also ihr könnt ihr hier kann man milch schafe züchten keine wolle sondern milch die milch kann man dann auch noch zu oder die schafsmilch kann man dann auch noch zu schafskäse verarbeiten und 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 ne ja auf jeden fall das war jetzt mal so und der erste überblick eindruck so von von meiner sicht wie ich die karte jetzt sie finde wie gesagt ich finde die so eigentlich recht schick gesagt die karte wird jetzt die old stream ersetzt oder ja ersetzen ersetzen wir sagen mal ersetzen und ja ich hoffe mal ich werde hier auch wirklich spaß drauf haben und ja wir sehen uns beim nächsten mal macht es gut tschüssi